Heute ist Donnerstag, der 20. und wir haben 1, 2, 3 Türchen zu öffnen. Ich fange mit 18 an. Der hat den schwer gelitten. Nicht mehr lange, Freunde. 4 Tage bis Weihnachten. Was könnte da wohl denn nie sein? Ooooooh! Mittelchromglanz. Metallpolisch. Was jetzt? Mittelchromglanz oder Metallpolisch? Ja. Cool. Kann man immer brauchen. Dann machen wir den 19. 10. Komm her. Hm. was könnte das ah ja ich weiß es ein rollmeter 3 3 meter massband bis du moped und natürlich von das ding ist wirklich von der qualität her also also merkt man schon den unterschied das ist so und dann den heutigen tag für die liebe youtube gemeinde und für den alten sack was könnte das sein das ist echt cool der schön handlich und wenn man dann so in kurze ecken rein muss ist das wirklich phänomenal vielen lieben dank lieber stefan das hast du bis jetzt top gemacht das freut mich